Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Elektromobilität. Ich bin Jens vom Kanal Move Electric und in diesem Video beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vor allem für Neulinge, die sich gerade erst ein E-Auto angeschafft haben oder es überlegen, ziemlich interessant sein dürfte. Aber natürlich nicht nur für die, auch für die alten Hasen, die sollten auch auf jeden Fall dranbleiben, denn heute wollen wir uns mal ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel, brauche ich ernsthaft überhaupt noch Ladekarten? Und wenn ja, welche und wie viele? Sind Ladekarten eigentlich noch zeitgemäß? Was gibt es denn da für Alternativen? Mit welcher Karte kann ich so gut wie überall laden, auch im Ausland? Und mit welcher bekomme ich den Strom am günstigsten? Die Wahl der Ladekarte kann ja immer noch den entscheidenden Unterschied machen für ein reibungsloses Fahrerlebnis beim E-Auto, gerade für Neueinsteiger. Lass uns da mal gemeinsam einen Blick drauf werfen und vergesst nicht am Ende, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Also, los geht's! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Wenn ihr euch gerade ein neues Verbrennerauto gekauft habt, dann ist die letzte Frage, die ihr euch stellt, wo kann ich bloß tanken und wie bezahle ich da? Wenn ihr euch aber gerade ein neues Elektroauto gekauft habt, dann ist das nicht die letzte Frage, sondern meistens die erste. Laut einer aktuellen Studie des Unternehmens Uscale finden im Moment noch fast 60% der Ladevorgänge zu Hause statt. Das bedeutet, hier ist alles easy, Stecker rein, LED. Und das auch noch zum günstigen Hausstromtarif. Oder sogar quasi umsonst als Überschuss von der eigenen PV-Anlage. Nebenbei nochmal ein kleiner Einschub, denn wie oft muss man mit einem E-Auto überhaupt laden? Diese Frage stellen sich ja gerade viele Neulinge immer wieder. Und bei E-Autos kennt ihr bestimmt den Klassiker, der euch immer wieder in den Medien begegnet und den man deswegen immer irgendwie für einen Fakt hält. Mit dem E-Auto, da kommt man nämlich abends von der Arbeit nach Hause und muss dann den Stecker reinstecken, um zu laden. Also quasi täglich. Und deswegen ist das mit dem Stromnetz ja auch so kompliziert, wegen des möglichen Zusammenbruchs, weil ja alle gleichzeitig um 18 Uhr den Stecker reinstecken. Die Praxis sieht allerdings ganz anders aus. Mein eigenes Beispiel. Unsere beiden E-Autos, die laden wir etwa alle 7 bis 10 Tage. Und meistens bei einem Ladestand von so 20 bis 30% und dann hoch bis 80. Und das reicht dann wieder für mindestens eine Woche. Und auch die U-Scale-Studie, die belegt genau das. 58% der Befragten laden ihr E-Auto ein bis zweimal die Woche und nur 11% täglich. Wer nicht zu Hause laden kann, ist natürlich auf öffentliches Laden angewiesen und sowieso alle, die längere Strecken unterwegs sind. Zum Glück haben ja alle modernen E-Autos inzwischen eine einigermaßen gut funktionierende Ladeplanung im Navi oder zumindest eine Suche nach Ladestationen. Also grundsätzlich erstmal kein Problem, eine Säule zu finden. Die Betonung liegt hier auf grundsätzlich. Im Speziellen gibt es dann halt leider nach wie vor trotzdem mal ein paar Aussetzer. Entweder ist die Säule kaputt oder sie ist besetzt oder sie ist zu langsam, die Säule startet gar nicht erst oder der Strom ist zu teuer beziehungsweise der Preis ist total unbekannt. Und so weiter und so weiter. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht für Probleme in letzter Zeit mit irgendwelchen Ladesäulen hattet. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, selbst wenn wir mal so tun, als gäbe es diese ganzen möglichen Probleme gar nicht. Als frischgebackener E-Auto-Besitzer, da muss man sich in jedem Fall erstmal umstellen. Denn zum Laden unterwegs, da reicht es nämlich nicht einfach, den Stecker ins Auto zu stecken und anschließend mit EC-Karte zu zahlen. Man braucht so gut wie immer irgendwie sowas wie eine Ladekarte oder eine Lade-App, mit der man die Ladung erst freischalten muss. Und jetzt kommen die Tesla-Fahrer und sagen zu Recht, Moment mal, bei uns an den Superchargern, da gibt es das alles nicht und da ist das sogar noch viel einfacher als tanken. Und ja, das stimmt auch. Für Teslas an Superchargern, da gilt sowas wie das Bequemlichkeitsparadies. Stecker rein, Ladung startet sofort und die Zahlung wird automatisch von der Kreditkarte abgebucht. Aber hey, sagen jetzt die Fahrer der anderen E-Auto-Marken, das gibt es doch auch schon länger bei uns, nämlich Plug & Charge. Zum Beispiel bei Anbietern wie Ionity oder EnBW. Da braucht man auch keine Ladekarte mehr und im Prinzip läuft das genauso wie bei Tesla. Und sogar das stimmt auch. Und das wird hoffentlich irgendwann für alle Marken und alle Schnelllader die Zukunft sein. Und dann brauche ich solche Videos wie das hier gar nicht mehr machen. Aber komischerweise bevorzugen die meisten E-Auto-Fahrer hierzulande weiter vertragsgebundene Ladekarten, nämlich 66% und im Schnitt sogar von mindestens drei verschiedenen Anbietern. Im Gegensatz dazu stehen nur 36% auf Plug & Charge. Dann jetzt mal Butter bei die Fische. Gibt es denn da sowas wie die beste Ladekarte, quasi diese eierlegende Wollmilchsaukarte, mit der alles total einfach geht und die immer funktioniert, die immer am billigsten ist, die in ganz Europa klappt und die man unbedingt haben muss. Also so eine Ladekarte habe ich zumindest noch nicht gefunden, also zumindest keine, die all das kann. Also vielleicht ganz kurz im Rahmen von so einer Werbeaktion, Stichwort billig, aber das zählt irgendwie nicht. Es hängt auch immer davon ab, was ihr eigentlich wollt und welches Fahrprofil ihr habt. Um den optimalen Anbieter für euch rauszufinden, müsst ihr euch nämlich folgende Fragen stellen. Erstens, wie viele Kilowattstunden lade ich im Monat denn so ungefähr? Zweitens, will ich überwiegend langsam AC oder auch oft schnell DC laden? Drittens, will ich möglichst eine Karte benutzen oder lieber mit einer App arbeiten? Viertens, wo will ich überhaupt laden? Eher in meiner Stadt oder hauptsächlich unterwegs? Und fünftens, lohnt es sich für mich vielleicht, einen Vertrag mit Grundgebühr abzuschließen? Da es wirklich hunderte, wenn nicht sogar dutzende, verschiedene Ladeanbieter gibt und jeder mit einer eigenen Karte und App unterwegs ist, da kann ich euch hier natürlich keine vollständige Übersicht über alle Anbieter geben. Aber dafür habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal so ein paar Links zusammengestellt, wo ihr verschiedene Listen auch mit Preisen findet. Und dann könnt ihr gerne mal selber mit eurem Fahrprofil Vergleiche anstellen. Aber was sind denn jetzt die beliebtesten bzw. empfehlenswertesten Ladekarten, die ihr euch unbedingt anschaffen solltet? Vorhin habe ich gesagt, dass die meisten E-Auto-Besitzer mit drei Anbietern unterwegs sind. Und welche das wohl sind, da gibt die Ladestudie von Uscale wieder eine gute Antwort. Denn wenn wir uns die mal anschauen, dann haben wir einen deutlichen ersten Platz, wenn auch nur knapp. Und zwar ist das der Anbieter ENBW mit der Mobility Plus App bzw. der entsprechenden Ladekarte. ENBW hat nicht nur ein gutes Tarifmodell mit drei Varianten S, M oder L, sie bauen auch massiv im ganzen Land große Hypernetz-Schnellladeparks auf. Und die haben mindestens 16 oder sogar 32 Ladepunkte mit je 300 kW. Das ist wirklich vorbildlich, denn fast alle sind sogar überdacht und sind auch technisch extrem zuverlässig. Insgesamt kann man die Karte bzw. die App an über 500.000 Ladepunkten in ganz Europa benutzen. Ja, was die Preise angeht, so kostet die Karte im Tarif S alleine schon mal einmalig 9,90 Euro, bevor man die überhaupt bekommt und die Kilowattstunde dann je 61 Cent, egal ob AC oder DC. Also richtig günstig kann man das nicht gerade nennen. Wohlgemerkt auch nur an den eigenen Säulen. Bei anderen Anbietern, da kostet das Laden sogar 65 Cent. Für Vielfahrer, da bieten sich vielleicht die Tarife M und L an, da ist dann die Karte inklusive und die Kilowattstunde viel günstiger, nämlich 49 Cent bzw. 39 Cent. Aber es fällt hier eine Monatsgebühr an, 5,99 Euro für M bzw. 17,99 Euro für L. Dieser Tarif L, der würde sich vielleicht lohnen, wenn ihr mehr als 600 Kilometer monatlich auf Langstrecke unterwegs seid. Ja, es sind natürlich die wenigsten. Tarif M, da lohnt es sich schon bei mehr als 250 Kilometer Langstrecke im Monat. Eine Besonderheit bei ENBW ist jetzt auch, dass sie mit dem ADAC zusammenarbeiten. Deswegen sind die vielleicht auch so beliebt, denn es gibt ja viele Leute, die ADAC-Mitglied sind. Und wenn ihr das auch seid, dann könnt ihr euch nämlich dort die ADAC E-Charge-Karte kostenlos bestellen und dann habt ihr ohne Grundgebühr die Preise von Mobility plus Tarif L. Ja, das ist richtig günstig und Ionity leider nicht so billig, denn die kosten dann nach wie vor 79 Cent. Auf Platz 2, dicht hinter ENBW, da liegen in der Beliebtheit die verschiedenen Ladekarten der Fahrzeughersteller. Fast alle großen Marken wie VW, Audi, Porsche, BMW oder Mercedes, aber auch Kia oder Hyundai, die haben nämlich eigene Ladekarten mit einem Haustarif im Angebot. Meistens gibt es hier den Strom etwas günstiger als anderswo und besonders gibt es manchmal eben Ionity-Tarife fürs Schnellladen. Bei VW könnt ihr zum Beispiel entweder eine Recharge-Karte nehmen, hier auch wieder in drei Staffeln, Free, Go oder Plus, wo ihr entweder ohne Grundgebühr unterwegs seid oder zwischen 4,99 bis 14,99 im Monat bezahlen müsst. Ionity ist da mit 69 Cent dabei, beziehungsweise 50 Cent in der Plus-Variante. Von VW gibt es aber auch noch die Tochterfirma Ellie, die mit Ellie Drive Free City oder Highway Tarife zwischen 69 und 54 Cent die Kilowattstunde anbietet. Auch hier gilt wieder, je günstiger, desto Grundgebühr. Mercedes hat Mi Charge, Audi und Porsche, den Charging-Service, BMW, Charge Now, Hyundai hat Charge My Hyundai, übrigens mit einem günstigen ENBW-Sondertarif und Kia hat Kia Charge. Besitzer von Stellantis-Marken haben über die App Free-to-Move Charge Go ebenfalls Zugang zu günstigeren Ladetarifen. Preislich liegen die Tarife eigentlich alle so zwischen 39 und 69 Cent die Kilowattstunde, je nach gewählter Variante, mit oder ohne Grundgebühr. Und wenn ihr einen Neuwagen von einem dieser Hersteller kauft, dann solltet ihr euch unbedingt über die dann gültigen Tarife informieren. Wer zum Beispiel einen BMW i7 kauft, der lädt an Ionity-Säulen sogar ein Jahr lang kostenfrei. Gut, bei dem Kaufpreis ist das aber eigentlich fast schon egal. Aber ganz wichtig übrigens, bevor ihr mit dem Auto beim Händler vom Hof fahrt, versichert euch, dass die Ladekarte, wenn ihr die vom Händler habt, dann auch schon freigeschaltet wurde. Ich habe nämlich neulich an Ionity einen verzweifelten Ioniq 5 Fahrer getroffen, der auf der 500 Kilometer Fahrt vom Händler nach Hause war und mit der frischen Charge My Hyundai Karte nichts freischalten konnte, weil die Aktivierung noch nicht durch war und was anderes hat er auch nicht dabei. Ich habe ihm dann mit meiner Maingau Karte aus der Patsche geholfen. Auf Platz 3 der beliebtesten Ladeanbieter, da liegen mit 11% schon deutlich abgeschlagen die anderen Energieversorger oder Stadtwerke. Hier würde ich euch mal so zwei Anbieter empfehlen, nämlich die Maingau Energie mit ihrer Autostromkarte, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist auch meine Präferenz. Und dort kostet AC 54 Cent im Moment und DC 64 Cent. Für Maingau Stromkunden ist es auch noch günstiger. Maingau hat 2024 übrigens ihre App gerade erst neu gelauncht, das heißt da gibt es ein Update, alles ist viel schicker geworden, viel flüssiger, die Kartendarstellung ist besser. Es gibt jetzt direkt die Anzeige, ob die Stationen frei oder belegt sind, direkt in der Karte. Und das Ganze, wie gesagt, zu einem guten Tarif, schaut es euch unbedingt an. Dann gibt es dann noch die Karte von Shell Recharge. Die liegt preislich zwischen 59 Cent und 64 Cent, zumindest an Shell Recharge-Säulen. Und bei Shell gibt es eine Besonderheit, da kommt je Ladevorgang nochmal eine Transaktionsgebühr von einmalig 35 Cent dazu. Shell ist auch für europaweites Reisen ganz gut, denn die funktionieren so gut wie überall in ganz Europa. Aber ansonsten, beide Karten kann man sagen, mindestens 500.000 Ladepunkte in ganz Europa, da klappt das einfach immer. Ja, bei so gut wie allen Anbietern, da fällt übrigens eine Blockiergebühr an. Das heißt, wer länger als vier Stunden an der Säule steht, der muss blechen. Und in der Regel sind das 10 Cent pro zusätzliche Minute, beziehungsweise maximal 12 Euro. Also nachts einfach das Auto am Lader stehen lassen, das ist keine gute Idee. Ja, inzwischen könnt ihr natürlich auch mit einer Kreditkarte oder einer EC-Karte direkt an vielen Ladesäulen zahlen, aber eben noch nicht an allen. Und das nennt man dann Ad-Hoc-Laden, weil ihr da eben keinen gewählten Tarif eines Stromanbieters habt. Und dafür ist auch keine Registrierung notwendig. Aber im Gegenzug, gerade im Vergleich zur App oder Ladekarte, sind die Preise aber auch viel höher. Und teilweise sind die regelrecht unverschämt. Also ich habe da schon 1 Euro pro Kilowattstunde gesehen. Also da merkt man, das sind regelrechte Abwehrpreise, damit bloß keiner diese Ad-Hoc-Zahlungsmöglichkeiten nutzt. Die wollen halt alle ihre Stromtarife verkaufen. Im Moment, da kann es sich preislich auch lohnen, bei Tesla an den Superchargern zu laden, denn das Tesla-Netz ist ja extrem gut ausgebaut und zuverlässig. Und so gut wie alle Standorte in Deutschland sind mittlerweile für Fremdmarken geöffnet. Bei Tesla gibt es allerdings keine Ladekarte, sondern man muss zwingend die Tesla-App nutzen. Und es gibt auch keine richtigen Festpreise, die den ganzen Tag gelten, sondern es gibt Tarife je nach Tageszeit. Also morgens und abends ist es oft günstiger als zur Kernzeit am Tag. Und wenn ihr eben abends und morgens Strom tankt, dann könnt ihr auch als Nicht-Tesla-Fahrer wahrscheinlich sehr viel Geld sparen. Und wer mehr als 90 Kilowattstunden pro Monat bei Tesla zapft, für den kann sich dann sogar eine Mitgliedschaft lohnen. Die kostet 12,99 Euro im Monat und dabei spart man dann 15 Cent die Kilowattstunde. So, mit diesen paar Empfehlungen, da solltet ihr eigentlich so gut wie immer und überall super zurechtkommen und auch preislich optimal unterwegs sein. Natürlich gibt es noch jede Menge andere Anbieter, auch mit Festpreisen oder Prepaid oder auch Log-Angebote. Ja, beim Ladestrom, da gibt es immer wieder Anbieter, die neu auf den Markt kommen oder ein Stadtwerk, was die eigene Ladekarte rausbringt. Und hier könnt ihr, wenn ihr das wollt, natürlich auf Schnäppchenjagd gehen. Aber dazu muss man eigentlich ständig irgendwie recherchieren, damit man auf dem neuesten Stand bleibt. Und falls euch das antun wollt, da wären zum Beispiel die Apps ChargePrice und AirElectric zu empfehlen. Die zeigen euch bei jeder Ladesäule den aktuellen Preis, je nach gewählten Stromanbieter. Ganz oft sind solche Billigangebote leider nur ein paar Wochen gültig, also zeitlich oft eben befristet, manchmal auch nur ein paar Tage. Denn beim Ladestrom, da gibt es eigentlich grundsätzlich über die Jahre nur einen Weg, nämlich nach oben. Moment, ganz so einfach ist es doch nicht, denn gerade jetzt, wo ich das Video aufnehme, hat gestern Ionity die Preise tatsächlich gesenkt. Die Kilowattstunde ad hoc kostet jetzt nur noch 69 Cent. Und für den Ionity Passport zahlt ihr bei 5,99 Euro Monatsgebühr 49 Cent die Kilowattstunde. Vorher war das doppelt so teuer, also die Monatsgebühr nicht die Kilowattstunde. Das bedeutet, für rund 6 Euro könnt ihr quasi 20 Cent pro Kilowattstunde sparen. Das lohnt sich schon ab 150 Kilometer Strecke bzw. 30 Kilowattstunden, die ihr nachladet. Das Ganze ist monatlich kündbar. Also wenn ihr auf eine längere Strecke geht, mal eben den Passport abschließen, 20 Cent Rabatt bei der Kilowattstunde und dann am Ende des Monats wieder kündigen. Ja, das lohnt sich schon. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welchen Anbieter ihr aktuell bevorzugt und ob ihr vielleicht gerade so einen super günstigen Tarif habt, den ihr uns empfehlen könnt. Das war also mein diesjähriges Kartenupdate. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal mit mehr als einem Abo unterstützen möchtet, dann schaut euch doch mal die Kanalmitgliedschaft an. Vielleicht ist das ja was für euch. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.